Also das, was ich hier mitnehme, nehme ich auf jeden Fall auch mit auf die Arbeit. Ich habe mich dann gemeldet, weil ich einfach mal Lust hatte, auch so ein Training mit Lkw. Und mal gucken, was man da noch lernen kann. Du weißt, was du machst. Jetzt gehst du aber noch weiter. Bremsen alleine reicht nicht. Wir müssen drum herum. Es war ein sehr intensives und aufschlussreiches Training. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.